Hallo? Ja, hallo, Scharlotte, du, ich bin's, Hilfsbitt. Bei mir läuft mein Klo über. Jetzt hab ich gedacht, ich ruf dich mal an, dass du mir irgendwie helfst. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt hab ich gedacht, ich ruf dich da mal an und frage mal, ob du nicht jemanden kennst, der mir da helfen kann. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, guten Tag. Scharlotte? Ja? Was gibt's denn? Ja, du bist doch nicht Scharlotte. Nein, bin ich nicht, ich bin die Elsa. Welche Elsa? Elsa Makarete bin ich. Nein, das glaubt ihr nicht. Nein, ich auch. Ja, hast du schon Weihnachten gefeiert? Ja, hab ich gefeiert. Ja, hab ich gefeiert. Ja, verarsche kann ich mich selber. Ja, super. Puh. Ja, ich guckte dir.